Geh hier rüber Ah, ich glaub die wird mittig sein, du Ah, hier landet einer Wo? Hier vorne, gleich rechts von uns Feinde in der Nähe Oh, Digga Oh, der ist ein Millimeter an seinem Kopf vorbeigeflogen Der geht hier hinter, kommt hier rechts von uns Ja, stimmt, Digga, haut ab, der haut ab Da, da geht er hin, da geht er hin Da geht er hin, da geht er hin Da geht er hin, da geht er hin Digga, wie kein Schusssitz Wir gehen doch mal eben in sich auf Da berührt sich vom Verkettseil Schild vor Ecke Er liegt hinter dem Auto Nein Ja, da hinten Wir müssen auch hinter uns achten Ja, wir haben jetzt weg die Ey, wir sind auch so kack hier Der Karten ist vorbei Das ist jetzt eine Geisterstadt Scheiße, ich brauch Ausrüstung, oder? Das Gas verbreitet sich Schnell in die neue Sicherheitszone Schnell in die neue Sicherheitszone Achtung Verbürtete der Präzisionsluftschlag im Abzug Team ausgelöscht Da hin Ja, da war hier Da, da war ein Team Da bewegt sich was Ich muss da hin, ich muss zur Ausrüstung hin, Alter Da bewegt sich was Ist da ausgelöscht, oder was? Da, ich hatte Team ausgelöscht, ja Also, ich gehe zu Ausrüstung, wir kommen alle zu uns hin Ja, ein bisschen wir, ein bisschen aber zusammen, ja Ja, lass uns zu, äh, zusammen in Richtung Ausrüstung gehen Da, ich bin zu weit weg, ich hab einen Luftschlag Ja, wir müssen los Ausgelöscht, oder was? Nein Wir sind richtig auf dem Präsentierteller, meine Freunde Ja Links von uns kommen schon Schüsse Ja, ich... ich wusste, ich wusste, ich wusste nicht echt hin, bitte Der war dann, der war aber noch nicht alleine Ja, nein, äääh Ich wusste als vor den Bastards hin Keine Ahnung, oder? Ich riske, ich riske kurz Ja, ich bin hinter dir ich habe die deckung das gas breitet sich aus der schreck scheiße die falsche klasse genommen wir bauen auf 210 210 gleich 90 ich komme zu dir aber den hole ich mir wo sind die da oben am flugzeug da ist der berg bei uns vorher können wir nichts dran machen wir müssen wir müssen hat sie immer noch platte zufällig eine platte ja ich habe selber gar keine mehr hier da aber hier ein teil panzerung ich nehme sie haben alles klar perfekt und neben uns team ausgelöscht ich komme jetzt noch drei teams noch konzentrieren noch viel ist noch komplett 100 prozentig beim flugzeug oder ich werde wir sind hier offen ich muss gehe hier rein dass mir rein ist der kühle ich fahre mal hier die zonen den zonenrand ab naja hier ist nix die müssen zuerst kämpfen das wäre geil hat die meine drohne von uns wenn es noch ich sehe hier nicht mal im ansatz irgendwo jemanden ich bin doch noch da hinterm berg sein rechts neben uns da laut ich mal langsam die werden safe rechts neben uns sein ich habe ich habe ein kassiert und da rechts neben uns ich hole mich ich hole mich dass sie ich habe team eliminiert jetzt nur noch eins nein 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 Ja, Mann! Jawohl! Ich hab Schuld! Geil! Popega, nice! Ich hab nichts gemacht in die ganze Runde, oder? Geil, geil! Nice! Zum Glück wurde Trotscha dann rumspielen. Die Pios! Dann hätte ich für den Mix langsam den Colt angesetzt. Nice! Was los, Digga, Alter? Alles gut, du! Jetzt kommt der Pesse! Jetzt kommt der Pesse! Jetzt kommt der Pesse! Jawohl! Der Mann hat nicht geleist, oder? Der Schnorrer! Nice, wer war der? Die Pesse!